Eine Klappe bitte. Klappe. BMW Punk X Challenge im wunderbaren Davos. Please welcome Mr. Bruno Stengler. Wir machen euch das. Prinz Fischer. Leit den Biathlon. Auf geht's zum Team Hackel. Wichtig ist, dass die da Spaß dabei haben. Und wenn man sich umschaut, den haben sie. Wir kennen Gas. Eine verschneite Passstraße ohne Gegenverkehr ist der Obertraum. Ich glaube, wir liegen in Führung. Geht um alles. Bruno, ab geht's. Bruno, des Siegers. Lalalalalala.